Lu! Ja, Boss? Sag mir mal, wie viel ist 3x9? Keine Ahnung! Karl! Sag du mir mal, wie viel ist 3x9? 27! Lu! Sag mir, wer ist Bundeskanzlerin? Keine Ahnung! Karl! Sag mir, wer ist Bundeskanzlerin? Angela Merkel! Lu! Ja, Boss? Wie viel Bundesländer haben wir? Keine Ahnung! Karl! Wie viel Bundesländer haben wir? 16! Hey Boss! Warum hast du Karl erschossen? Der wusste mir zu viel! Aha! Ah! Jungen! 20! 20! 20! 20!